Nach einer 70 Minuten Aufnahme einem Mikrofon was kaputt ist, ich konnte es nicht mehr drehen, jetzt sind hier so das halten, ja und noch viel mehr sind wir nun endlich wieder zurück bei Portal 2 jetzt ist das so richtig locker, naja, das ist aber nicht so schlimm das soll uns jetzt heute, heute nicht aufhalten noch höher, ja perfekt, heute nicht aufhalten ich bin mittlerweile wieder halbwegs gut gelaunt, hoffe ich und wir haben jetzt alles zur Verfügung, wir haben Speed, wir haben Jump und wir haben Portale wir müssen hier hoch vielleicht, also erstmal kurz überlegen hier ja Ja. Wenn das noch ein... Ey, aber wie denn? Oh, hier. Ich kann das hier nirgends wohin schießen. Also, ähm... Ne, das war jetzt nicht der Plan. Ich bin komplett überfordert. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall Geschwindigkeit. Ich kann auch meine Portale wieder löschen. Das ist, glaube ich, auch gar kein Problem, wenn wir einfach hier durchlaufen. Ja. Hier unten ist... Ich weiß halt nicht, wie ich das, ähm... sinnvoll transportieren kann. Also, ich muss das ja alles... Ich schätze mal, da muss Sprung hin. Aber ich kann ja nicht seitlich schießen. Beziehungsweise, ich kann hier nicht mal ein Portal setzen. Ich versuche das jetzt weiter rechts zu setzen. Oh, das klappt so. Warte, aber da muss das ja auch hier vorne klappen. Ja, komm. Ja. Wir brauchen noch ein bisschen was. Ja. Sehr schön. Wir haben es ein bisschen verteilt. Und das jetzt halt immer Stück für Stück. Wie sollen wir das dann da hochbekommen? Ja. Stück für Stück arbeiten wir uns jetzt erstmal hier vor. Ja. Genau, genau. Und wenn wir dann hier ein Portal hinsetzen können, können wir das blaue da hoch transportieren. Dann muss das hier alles voll mit Speed. Hier eins blau und dann... Perfekt. Das müsste... Nee, das trifft nicht da oben, oder? Warte, aber wenn ich... Wenn ich blau... Ja, komm. Das muss doch nur da rüber. Ja, damit habe ich jetzt eher nicht gerechnet, aber ist okay. Orange. Schieße ich mit rechts. Dann kommt das da hin. Oh, was? Wieso? Ach, blau löscht weiß wieder aus. Oder wie? Wie soll denn das möglich sein dann? Bam. Okay, das ist sonst nicht möglich. Ja, ich kann da, wo blau ist, nicht mehr weiß setzen. Ich kann das aber auch nicht seitlich nehmen. Nur mal ganz kurz. Wo kommt denn hier das blaue? Seltsam. Ja, genau. Jetzt muss das... ...möglichst die Wand treffen. Das ist doch alles weiß. Jetzt habe ich es. Okay. Aber ich kann hier auch nicht seitlich machen. Ich bin komplett überfordert. Das ist nicht möglich. Oh, doch. Ey, es funktioniert. Lol. Ja, aber du kriegst hier doch kein Portal hin, oder? Nein. Die Wand muss... ...muss noch mehr. Da. Ja. Hat es geklappt? Nein. Das muss irgendwie da an die Wand. Weil hier hat es doch auch geklappt. Warum geht es denn hier nicht? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Also, ich soll ohne schräg, um was machen zu können, da oben was platzieren. Ja, hier hält das nicht dran, oder? Nee. Tut es schon mal nicht. Das geht hier einfach kaputt an dem Ding. Das heißt, da bringt es mir gar nichts, irgendwas hinzusetzen. Oh, dieses Vorarbeiten ist schlimm. Ich glaube, ich glaube, ich schneide euch das irgendwie schön zusammen. Ich habe keine Ahnung. Könnte... Könnte ein bisschen nervig sein zum Zugucken. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass mit meinem Mikrofon jetzt alles stimmt. Letzte Folge war es ja ein bisschen ganz weird. Fragt mich bitte nicht, woran das lag. Ich weiß es nicht. Ja, hier kriege ich nichts mehr hin. Es geht nicht. Ich schaue mir jetzt gleich eine Lösung dazu im Internet an. Aber so kann man sich vorarbeiten. Aber wohin will ich mich denn überhaupt arbeiten? Also, ich will mit Geschwindigkeit hier hinrennen. Hier muss wieder Geschwindigkeit. Und dann da hoch. Da muss wieder ein Bounce sein. Nachher ist da oben einfach so ein... Ich habe keine Ahnung. Warum verteilt sich das da so gut, aber hier nicht? Das kommt einfach hier auf und das war es. Und hier kann ich kein Portal setzen. Weil die Fläche aus einem nicht identifizierten Grund zu klein ist. Komme ich hier hin? Ah, ja, doch. Da oben kann man ja mehr machen, als ich dachte. Okay, okay. Vielleicht ist das da noch ein Hinweis. Wir nehmen schon wieder seit elf Minuten auf. Wir sind seit elf Minuten im selben Raum. Ich gucke jetzt mal, wie das wird. Bis gleich. Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Aber ich bin jetzt drüben. Also, ich habe es auf jeden Fall geschafft. Bitte fragt mich nicht, wie. Ich habe keine Ahnung. Ich komme am nächsten Ding hier auch nicht weiter. Doch, ich kann ein Portal setzen. Ich habe keine Lust mehr. Nein. Lass mich doch einfach hier weitergehen. Ja, wohin muss ich denn? Mann, mach doch mal dieses blöde Portal-Drecksding weg. Ey, Mann. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Nee, ich will hier unten nicht sein. Wenn ich hier unten bin, ist es tot. Ja, wieso geht denn diese blöde Tür nicht auf? Wo muss ich denn hin? Ich habe jetzt in zwei Stunden oder so einen Walkthrough angeguckt zu Portal. Hier, ich muss da was platzieren können. Das ist breit genug für ein Portal. Genauso das hier. Hier, das wird nicht ohne Grund bis nach da hinten schießen. Oh, was? Wo bin ich? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin jetzt hier oben. Oh, ich verstehe. Ich muss noch weiter hoch. Aber ich habe das Portal falsch gesetzt. Was? Nein. Ich komme nicht mehr runter. Doch, komme ich von hier. Ich muss orange hier. Und das kommt jetzt hier oben überall raus. Und wenn ich jetzt da hochgehe. Portion, hier könnte es rutschig sein. Ja. Wo muss ich? Okay. Okay. Es ist gut. Das ist ein neuer Bereich. Glaube ich. Bin ich hier? Okay, das ist safe. Mein Bereich. So, erstmal beide Portale hier entsetzen, dass ich auf keinen Fall wieder zurückkomme. Lass das bitte mit diesem blöden Gel. Ich habe keine Lust mehr. Echt. Ey, ich kann nicht mehr. Ich bin psychisch am Ende. Wir sind jetzt schon wieder bei einer 30 Minuten Aufnahme. Ey. Ich kann hier überall Portale setzen. Das heißt, ich kann eigentlich überall hin. Oh, ich muss wahrscheinlich über die Rohre laufen oder so. Oder einfach nur nach da oben kommen. Ich sehe das mal als ein richtig an, ja? Ne, sehe ich nicht. Ey, aber da ist ja gar nichts. Jetzt sag nicht, dass ich mich hier rüber feuern muss. Ich muss mich sowas von hier rüber finden. Ich kann auch hier jumpen. Okay. Good luck. Genauso habe ich das geplant in meinem Kopf innen drin. Ähm. Oh. Oh, Mann. Ich wusste... Wer soll denn auch wissen, dass da was im Weg ist? Also, ich habe die Helligkeit auf normal. Na, vielleicht... Ich probiere es mal, mich so zu schießen. Keine Ahnung. Ich habe da ein besseres Gefühl bei. Ich weiß es nicht. Ne, habe ich nicht. Ich kann zoomen. Warum benutze ich diese Zoom-Effekt-Dings nicht? Aber wo soll ich mich denn noch hinschießen? Das wird sowas von nicht funktionieren. Kannst du das mal ansehen? Welches Poster? Paradoxal. Keine KI kann Ihnen widerstehen. Ich weiß, wie wir ihn besiegen. Ja, schön. Keine Ahnung. Ich habe hier wieder einen Knopf. Oh, ganz schlechte Idee. Was passiert da? Hallo? So war das nicht geplant. No, 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 no. Da kommt Hell. Oh, wir kriegen jetzt Saft. Geh. Aber wo... Das wird doch nur nach unten gepumpt. Ah. Bitte lass mich hier raus. Bitte lass mich hier raus. Nächste Ebene. Komm. Sehr easy. Ja. Das sieht aber gut aus, Leute. Ich habe ein gutes Gefühl. 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 Wenn ich dicht genug genommen komme, frittiere ich jeden Schaltkreis im Kopf dieses Idioten. Solange ich mir dabei nicht zuhöre, besteht keine Gefahr. Ja, okay. Vielleicht. Super. Aber das klingt schon so richtig Final-mäßig. Es gibt wohl bessere Pläne, um gegen eine allmächtige, machtgeile KI vorzugehen. Aber immer noch besser, als zu explodieren. Ein wenig. An der Stelle würde ich sagen, machen wir einen epischen Stopp, weil ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn die Folge heute komplett weird war. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020